Guten Morgen ihr Lieben, heute ist der zweite Tag in Rom. Guten Morgen aus Rom, von Piazza San Pedro. Ja, also wir schauen uns jetzt hier den Petersdom an und das ist wirklich mega, mega riesig hier, unglaublich. Die Schlange ist auch überhaupt nicht lang, so gefühlt zwei Kilometer. Wir wollen uns das natürlich auch von innen anschauen und die Schlange ist so lang, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich habe noch nie so eine lange Warteschlange gesehen. Aber gut, das ist alles lieber. Anja beschreibt gerade für Englisch. Also, wir sind jetzt drin, wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle durch, haben es geschafft reinzukommen. Und ja, wir stehen jetzt hier vor dem St. Petersdom und die Anja möchte noch was sagen. Ja, ich bin total neugierig, ich kann es gar nicht abwarten reinzukommen, aber ich wollte euch noch meine Freundin vorstellen, meine Arbeitskollegin, Karen. Und sie spricht nur Englisch, also sagt sie jetzt einfach mal ein paar Worte für euch. Vielleicht auch in Chinesisch. Ja, hallo, ich bin Karen von China. Ich bin Chinese und arbeite in Branche und ich bin sehr froh, dass ich hier mit Anja und der Isabella bin. Ja? Ja. Okay. Wir sind oben in der Kuppel und ich glaube kaum, dass es einen Platz gibt auf dieser Welt, wo man näher am Himmel ist. Ich bin total berührt. Ich bin wirklich total berührt. Ich bin wirklich total berührt. Und wir waren erst mal fix und falsch, als wir uns angekommen sind. Es waren ungefähr 600 Treppenstufen. Ja. Hallo. 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 Ich bin Karen, ich komme aus China und bin jetzt in Loma. Ich bin in Loma. Ich bin in Loma. Ich bin in Loma. Hallo. Hi. So ihr Lieben, wir haben jetzt alles gesichtigt. Es ist wirklich unglaublich hier. Richtig groß und beeindruckend. Meine Beine zucken total, weil wir so viele Treppen gelaufen sind. Die haben eben nicht mehr stillgehalten. Es ging die ganze Zeit so. Und ja, also hier seht ihr, das ist nochmal der Hintergrund. Es ist auf jeden Fall riesig. So, rate ich mal, was wir jetzt hier gefunden haben. Den ersten Reitladen in Rom. Und hier haben wir sogar Bikörsachen. Ich stehe jetzt hier gerade vor dem Schaufenster. Also könnt ihr sogar einen Sattel sehen. Ja, vielleicht gehen wir mal rein und gucken, was es da so gibt. So, es war irgendwie ein bisschen falscher Alarm. Die hatten gar nicht wirklich Reitsachen. Also die hatten irgendwie drei Halfter da hängen. In drei verschiedenen Größen. Und fünf Schabracken, einmal Pony, einmal keine Ahnung was. Und der Verkehr ist so laut hier, deshalb muss ich die ganze Zeit abbrechen. Also eigentlich gab es keine richtigen Reitsachen. Das war eigentlich alles mehr Deko in so einem Schikimiki-Laden. Naja, vielleicht finden wir ja nochmal einen. Also hier ist absolutes Halteverbot auf der ganzen Brücke, Nadia. Hello. Ne, nix hello. We are going to Piazza del Popolo. Okay. Ahora. Okay. Ja, okay. Ich wollte eigentlich sagen, dass hier absolutes Halteverbot ist. Und alle hier parken einfach auf der Brücke. Ja. Und Anja ist ein bisschen durcheinander, glaube ich, mit den Sprachen. Die weiß nicht mehr, was ich für eine Sprache spreche. Manchmal Deutsch, die meisten Zeit Englisch. Und ab und zu versucht sie es mal mit Italienisch. Aber eigentlich switcht dann immer das Spanische rein. Also gläubig. Hier ist eine normale Straße und die parken einfach die Straßen zu. Warum nicht, ne? Drei Spuren, aber die meinen wohl eine reicht. Wir sind jetzt am Plaza del Popolo. Wir suchen jetzt den Spanischen Platz und laufen hier durch so ein altes Gässchen. Und hier sind immer links und rechts ein paar kleine Shops. Jetzt wird sie wieder durch.